FC Köln-Fan leider. Aber darf ich fragen, warum nicht Hannover 96? Weil die sich ja so gut... Also ich zeige das ja gerade dann, die Liebe zur Stadt und zum Verein, dass man nicht dahin geht, die gerade gewinnen. So ist es nämlich. Ich war in Hannover, weiß ich nicht, in Hannover ist Fußball für mich nie so empfänglich gewesen. Und jetzt wohne ich in Köln und da ist jeder um mich rum. Wenn ein FC-Spiel ist und auch noch ein Heimspiel, dann spielt die ganze Stadt verrückt. Das ist wirklich... Alle sind völlig, völlig, völlig verrückt. Und dann muss man mitmachen. Das geht nicht anders. Das ist ein König. Beim Karneval habe ich mich ausgeklickt. Beim Karneval musst du mich ausklicken, aber beim Fußball kann ich es nicht. Die Zöllner sind chronisch verrückt. Ich gucke auch immer nur bei den ganz großen Events.